Liebe Leute, Grüß zu Witz von Lutker, heute der Türkenwitz, wenn es immer weit. Liebe Leute, Grüß von Lutker Winter, Witz des Tages, äh, Witz von Lutker, und heute der Türkenwitz, und zwar ist er von Lutker Winter und der ZDF-Fotoshow. Grüße gehen an Kai Spinger und Xinjiang Norach, und ihr könnt ihn auch mit einem e-mailen, dann könnt ihr noch zwei von euch grüßen. Und der Türkenwitz, da geht's so, ähm, die Kurden haben von den Deutschen Milan-Abwehrraketen gegen Panzer geschenkt bekommen, gegen den ERS, da zu kämpfen, da in Syrien. Und zum Dank nennen die jetzt ihre Babys mit dem Namen Milan, die heißen wirklich Milan. Und die Türken haben ja 356 Leopard-Panzer bekommen, von den Deutschen, wo sie jetzt gegen Türken, äh, gegen Kurden kämpfen, ne? Und zum Dank nennen die ihre Babys jetzt Leopard 1 und Leopard 2. Die Türken haben, die Kurden haben Milliardenabwehrraketen bekommen, äh, um gegen den ERS zu kämpfen, gegen die Panzer, die Milan. Und zum Dank nennen die ihre Babys Milan, und die Türken haben ja 356 Leopard-Panzer bekommen, von den Deutschen. Und da kämpfen sie jetzt unter anderem mit, gegen den Kurden, ne? Und zum Dank nennen die ihre Babys jetzt Leopard 1 und Leopard 2. Und Erklärung, ähm, das erklärt sich eigentlich selber, weil das nicht zu lang ist, aber es ist wirklich wahr. Die Kurden nennen ihre Babys wirklich Milan, Milan, komm her. Und die Türken, äh, das ist der, ist zwar ein Witz, äh, aber Leopard 1 und Leopard 2 nennen die die. Das ist noch nicht wahr, aber könnte wahr werden. Okay, so, kann man bitte abonnieren.